Die Frösche singen Hallo, ich bin Minnie, die Blockflötenmaus. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir ein Froschlied spielen. Die Frösche am See wollen heute ein Fest feiern und laden uns dazu ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Hat dir mein Video gefallen? Dann klick hier und abonniere meinen Kanal.